Er holt sich hier die Spitze. Da kämpfen in Dover und Skjarkalo OM um die Führung. Und die beiden sind es dann auch erstmal. Fehler von Yankee Maverick in der Startphase. Kommt hier völlig aus dem Tritt und fällt dadurch weit zurück. Trittplatziert ist Spartan Kronos. So geht es in den ersten Bogen hinein. Dahinter folgt dann an der Innenkante Eva Kiebitzhof mit einem ordentlichen Start. Dann Swan Weiss Ass. Yankee Maverick, er nach der Galapade bereits disqualifiziert. Und der Rest muss hier erstmal wieder den Anschluss herstellen. Denn da vorne haben sich doch einige hier mit einer starken Startphase erstmal an die Spitze gesetzt. So, vorne ist Skjarkalo OM mit Gerd Holtermann. Geht jetzt in die Schlussrunde. Dahinter dann folgt Spartan Kronos auf den zweiten Rang mit Heinz Wevering. Dahinter sieht man dann in Dover. An der Außenseite ist Swan Weiss Ass. Kann hier auch zügig Boden gut machen. Dahinter Eva Kiebitzhof. Jetzt mit Anschluss auch wieder Granador. Dahinter folgt dann SG Sunday und Zing. Halleluja. So geht es auf die letzten 900 Meter in diesem Jugendpreis. Vorne an der Spitze ist weiter Skjarkalo OM. Skjarkalo OM führt. Dahinter folgt dann Spartan Kronos in der zweiten Spurtraben. An der Innenkante spart Innova alle Möglichkeiten sich auf für vielleicht eine Schlussattacke. Und was macht Swan Weiss Ass? Weiter in der zweiten Spurtraben an Position 4. Dahinter ist dann Eva Kiebitzhof. Da sieht man dann Granador an der Außenseite. Und noch weiter außen ist Zing. Halleluja. So geht es zum letzten Mal die Gegenseite entlang. Und vorne ist Skjarkalo OM mit Gerhard Holtermann. Totokurs 181 für 10. Das wäre eine faustdicke Überraschung. Innova dahinter auf den zweiten Rang. Und jetzt kommt Swan Weiss Ass. Swan Weiss Ass geht auf Position 2. Dahinter verabschieden sich einige nach hinten. Unter anderem auf Sing Halleluja nach der Galopade. Das sind nur noch vier Pferde mit einer reellen Siegschance. Viertplatziert ist Eva Kiebitzhof. Vorne ist weiter Skjarkalo OM. Noch ist die Überraschung denkbar. Aber dahinter kommt Skjarkalo OM mit jedem Schritt ein bisschen her. Aber jetzt geht es ja schon in die Winrace DEC gerade. Und vorne ist weiter Skjarkalo OM. Führt hier weiter mit vier, fünf Längen. Und Swan Weiss Ass kommt da nicht näher. Swan Weiss Ass kommt da nicht näher. Und so geht der Sieg dann am Ende an Skjarkalo OM mit Gerhard Holtermann. Zweiter wird dann Skjarkalo OM. Und dritter dann in Dover. Dahinter kommt lange nichts. Eva Kiebitzhof schafft Rang 4 im Jugendpreis 2013.